Ich glaube wirklich, wenn wir diesen Puffer generieren können und in dieser Ruhe und Gelassenheit sind, auch wenn wir merken, das Ego läuft amok, dass wir nicht nur uns einen Gefallen tun, sondern auch unserer Umwelt, der, der klarer ist, hält das Licht für die, die gerade nicht so klar sind. Und dadurch kann er die anderen anstecken, wenn sie denn so weit sind, angesteckt zu werden.